Obwohl Synology eine wirklich sehr einsteigerfreundliche Oberfläche hat, kann die erste Einrichtung doch etwas erschlagend wirken. Man wird mit sehr vielen verschiedenen Optionen und Funktionen überfordert und deswegen zeige ich euch in diesem Video Schritt für Schritt, wie ihr eure erste oder vielleicht eure zweite Synology NAS eigentlich einrichtet, auf was ihr bei der Einrichtung alles achten solltet und ich erkläre das Ganze wirklich komplett für Einsteiger, damit jeder hier diesem Video folgen kann. Dieses Video wurde von Synology gesponsert, also danke dafür, aber das hat keinen Einfluss darauf, was ich hier im Video sage, sondern das ist alles meine eigene Meinung und meine eigene Erfahrung mit dieser Synology DS224+. Als erstes müsst ihr natürlich eure Synology erstmal zum Laufen bringen bzw. das Gerät anschließen. Dafür installiert ihr erstmal die Festplatten. Je nachdem, was für ein Gerät ihr habt, könnt ihr hier vorne solche Schlitten rausziehen. Bei manchen gerade günstigeren Modellen könnt ihr das nicht rausziehen, sondern müsst die Festplatten direkt verbauen, aber bei den meisten teuren Modellen oder Mittelklasse Modellen habt ihr die Möglichkeit, eure Festplatten hier so rauszuziehen bzw. den Schlitten rauszuziehen und dann für die erste Installation müsst ihr die normalen, in der Regel habt ihr normale 3,5 Zoll Festplatten, die setzt ihr hier in eure Nas rein und dann könnt ihr mit diesem Clipper hier an der Seite, ich weiß nicht, ob man es hier erkennt, aber hier ist so ein Clipper an der Seite, den clippt ihr einfach rein und dann ist die Festplatte in diesem Schlitten hier drin. Das heißt, ihr müsst auch keine Schrauben hier verwenden und wenn die Festplatte hier im Schlitten drin ist, dann könnt ihr sie einfach in eure Nas hinein sliden. Das nennt man übrigens auch Hot Swap bzw. Hot Swap heißt glaube ich, dass man während dem Betrieb sogar die Festplatte wechseln kann und ja, dann kann man das einfach hier so rausziehen, aber in der Regel solltet ihr das wahrscheinlich nicht machen und macht in den meisten Fällen auch nicht so wirklich viel Sinn. Aber die erste Inbetriebnahme ist eben sehr, sehr einfach, deutlich einfacher, als wenn ihr euren eigenen Computer, euren eigenen Server zusammenbaut und es gibt auch eine kleine Anleitung mit drei Schritten, da ist es auch vermerkt und wenn ihr dann die Festplatten drin habt, dann müsst ihr natürlich eure Nas anschließen. Da habt ihr einmal einen Stromanschluss, ist selbsterklärend, und einmal einen LAN-Anschluss bzw. manchmal auch mehrere LAN-Anschlüsse. Ich habe hier zwei LAN-Anschlüsse, das ist aber lediglich aus Redundanzgründen, soweit ich weiß so. Es reicht also von kommen, wenn ihr nur ein LAN-Kabel an euer Netzwerk, also in der Regel an euren Router oder auch an euren LAN-Splitter anschließt. Ich habe jetzt die Nas angeschlossen und angemacht, also auf den Knopf gedrückt einfach und solange sie hochfährt, bis sie hochgefahren ist, hört ihr ein kleines Piepsen und während sie hochfährt, will ich euch noch ein ganz kleines Basic erklären, was wichtig für das Verständnis hinter einer Nas ist. Was heißt eigentlich Nas? Für was stehen diese drei Buchstaben? Nas steht für Network Attached Storage. Also eine Nas ist ein Storage, also ein Speicher bzw. eigentlich ein kleiner Server, den ihr an euer Netzwerk anschließt. Das heißt, es ist nicht nur eine externe Festplatte oder ein Zusammenschluss aus mehreren externen Festplatten, sondern eine Nas ist letztendlich nichts anderes als ein kleiner A. Jetzt habt ihr sie gerade piepen gehört, jetzt ist sie hochgefahren. Eine Nas ist letztendlich nichts anderes als ein kleiner Computer, als ein kleiner Server, der in der Regel mehrere Festplatten hat. Dann fragt man sich vielleicht als nächstes, okay, wie kann ich einen Computer eigentlich bedienen, wenn ich daran keine Maus, keine Tastatur, keinen Bildschirm anschließe? Und da kommt das Network ins Spiel, denn die Nas bedienen wir nicht in der Regel, zumindest nicht indem wir Maus und Tastatur anschließen, sondern indem wir über unser Netzwerk darauf zugreifen. Denn weil wir die Nas an unseren Router per LAN angeschlossen haben, können wir überall von unserem Netzwerk auf die Nas zugreifen und sie dann in der Regel über unseren Browser steuern und alle Einstellungen machen. Das werden wir jetzt auch machen. Und um die Nas zu finden, das erste Mal zu finden, gehst du ganz einfach auf find.synology.com. Das habe ich dir auch in der Videobeschreibung verlinkt, ist aber, glaube ich, ziemlich einfach zu merken. Und wenn du diese Website in Anführungsstrichen aufrufst, dann dauert es ein paar Sekunden und in deinem lokalen Netzwerk wird jetzt nach Synology Nas Geräten gesucht. So, da sind sie auch schon erschienen. Ich habe noch eine ältere Nas da hinten stehen und von vielleicht davor habe ich irgendwie noch eine andere Nas hier drin. Aber die eigentliche Nas, um die es jetzt geht, das ist hier die DS224 Plus. Die sehe ich hier, das ist die, die ich haben will. Und hier steht dann bei mir Status bereit und ich klicke hier einfach auf Verbinden. Jetzt klicken wir uns jetzt hier zusammen durch den Installer durch und installieren DSM. DSM steht für Disk Station Management, soweit ich weiß. Also das ist letztendlich das Betriebssystem für eure Synology Nas, was euch Synology zur Verfügung steht. Bei mir steht jetzt hier Neu installieren, weil ich meine Nas einmal zurückgesetzt habe. Wenn eure Nas komplett neu ist, dann steht ihr wahrscheinlich jetzt nur Installieren oder so. Aber letztendlich ist es genau das Gleiche. Also klicke ich hier auf Neu installieren. Ich will die neueste Version von DSM, also in meinem Fall 7.2.1, automatisch von der Webseite herunterladen und installieren. Klicke also auf Weiter. Und jetzt dauert es ein paar Minuten, bis das Betriebssystem heruntergeladen und auf meiner Nas installiert ist. Wir springen jetzt mal in die Zukunft und machen dort weiter. Machen wir weiter. Bei mir wird jetzt angezeigt, willkommen bei DSM 7.2. Das ist die neueste Version vom Disk Station Management. DSM steht für Disk Station Management, also das Betriebssystem von Synology. Ich drücke jetzt auf Start und jetzt fragt er mich erstmal, was für einen Gerätenamen ich haben will. Also wie soll meine Synology heißen? Wenn ihr nicht sehr viele verschiedene Netzwerkspeicher, NAS oder andere Geräte habt, dann könnt ihr die NAS einfach so nennen, wie sie heißt, wie der Modellname heißt. Also meine Nennung nenne ich einfach mal DS224+. Das Plus geht leider nicht, da meckert er rum, weil das wahrscheinlich ein schlechter Charakter ist, den er nicht mag. Und deswegen schreibe ich einfach mal Plus rein. Administratorkonto. Hier legt ihr also euer erstes Konto an, beziehungsweise das Administratorkonto, mit dem ihr dann alle zukünftigen Benutzer, alle Einstellungen auf der NAS verwalten könnt. Ihr könnt natürlich danach auch noch zusätzliche Konten anlegen, auch zusätzliche Administratorkonten. Was ich den meisten empfehlen würde, ist, dass man ein Administratorkonto und sein eigenes Konto, sein eigenes tägliches Konto voneinander trennt. Das ist einfach eine gute, eine Best Practice in der IT-Security, dass man sagt, ich benutze nur das Administratorkonto, wenn ich grundlegende, wichtige, technische Änderungen durchführen muss. Und immer, wenn ich einfach nur als normaler Benutzer auf meine NAS zugreife, benutze ich mein anderes Konto. Das heißt, in meinem Fall erstelle ich jetzt ein Admin-Alex-Konto beispielsweise, egal wie ich das nenne. Und später erstelle ich für mich dann noch ein normales Alex-Konto. Und mit diesem Alex-Konto greife ich dann ganz normal auf meine NAS zu, lade Fotos hoch und runter, Dokumente, benutze Synology Drive und so weiter. Aber wenn ich mal eine grundlegende, wichtige Einstellung ändern muss, dann nehme ich meinen Admin-Account. Und der Grund in der IT-Security ist ganz einfach, wenn ihr diese beiden Konten voneinander trennt, ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko einfach geringer, dass jemand die Zugangsdaten von eurem Administratorkonto in die Hände bekommt. Und mit dem Administratorkonto kann man einfach viel mehr kaputt machen, als wenn man in Anführungsstrichen nur ein ganz normales Konto hat. Aber ist auch nicht schlimm, wenn ihr einfach nur ein Konto einrichtet. Dann sollt ihr aber auf jeden Fall darauf achten, dass ihr auch ein starkes Passwort habt. Darauf solltet ihr sowieso achten. Ein starkes Passwort lasse ich mir hier einfach mit meinem Passwortmanager generieren. Dafür benutze ich persönlich Bitworden, weil ich für jeden Zugang einzigartige Passwörter haben will. Warum das so ist, das könnt ihr gerne mal in diesem Video euch anschauen. So, dann gebe ich hier zweimal mein Passwort ein, akzeptiere, dass Synology die NAS im Web Assistant anzeigen kann. Das bedeutet lediglich, dass sie dann später einfacher zu finden ist. Wenn euch eure Privatsphäre ganz wichtig ist, dann könnt ihr es natürlich auch abstellen. Aber in der Regel empfehle ich das, weil es einfacher ist, später eure NAS zu finden. Beispielsweise, wenn ihr sie mit einem neuen Gerät erreichen wollt. Dann klicke ich hier auf Weiter. Dann fragt er mich nach der Aktualisierungsmethode für meine NAS. Hier würde ich auf jeden Fall bei dem empfohlenen Punkt ganz oben bleiben. Also nur wichtige DSM-Pakete und Paketupdates werden automatisch installiert. Man kann natürlich auch sagen, dass jedes neue Update installiert wird. Aber meine Faustregel aus der IT-Security ist, dass man wichtige Updates, also vor allem Sicherheitsupdates, immer so schnell wie möglich installieren sollte. Also das sollt ihr auf jeden Fall lassen. Jegliche neue Updates zu installieren, da warte ich lieber ein, zwei Wochen. Also wenn es ein Update für ein neues Feature, für eine neue Funktion oder generell ein Upgrade gibt, dann warte ich lieber ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate. Das mache ich auch bei meinem Computer so, weil gerade am Anfang werden mit den ersten ein, zwei Updates, die nach einem großen Update kommen, in der Regel noch ein paar Fehler, ein paar Bugs behoben. Aber Sicherheitsupdates, da solltet ihr auf gar keinen Fall warten. Denn jedes Betriebssystem, egal ob es euer Windows-Computer ist, euer Android-Handy oder eben auch eure NAS, jedes Gerät hat Sicherheitslücken. Und vor allem, wenn ihr euer Gerät für das Internet öffnet, was wahrscheinlich bei eurer NAS, was ihr auch so machen werdet, weil es einfach gut ist, es ja auch, weil es sehr hilfreich sein kann, dass man auch von außerhalb des Heimnetzwerkes auf seine NAS zugreifen kann. Vor allem dann ist es wichtig, dass ihr eure Sicherheitsupdates installiert, beziehungsweise natürlich, dass sie automatisch installiert werden. Deswegen macht es für 95 bis 99 Prozent der Leute Sinn, dass sie das erste hier lassen. Wir klicken auf Weiter. Jetzt fragt ihr uns als nächstes, ob ich ein Synology-Konto erstellen will. Dieses Konto ist also nicht auf meiner NAS, sondern das ist bei Synology direkt. Hat also erstmal nicht direkt was mit meiner NAS zu tun. Das macht meiner Meinung nach auch für viele Sinn. Ihr braucht es nicht zwingend, um eure NAS zu benutzen. Aber es gibt euch verschiedene Vorteile, kostet auch nichts. Und hat beispielsweise den Vorteil, dass ihr eine schöne Oberfläche habt, wo ihr seht, ob irgendwas mit eurer NAS nicht stimmt oder dass ihr per E-Mail benachrichtigt werdet, wenn mit eurer NAS irgendwas nicht stimmen sollte. Ich persönlich habe schon ein Konto erstellt, deswegen klicke ich hier unten auf Anmelden. Dann werde ich gefragt, ob ich Quick Connect benutzen will. Quick Connect ist eine sehr einfache Möglichkeit, um von außerhalb, also von außerhalb meines Netzwerkes. Also beispielsweise, wenn ich in einem Café sitze oder wenn ich auch auf der anderen Seite der Welt in Thailand am Strand liege und Internet habe, dass ich von dort aus auch auf meine NAS ganz einfach zugreifen kann. Synology macht es einem da sehr, sehr einfach mit Quick Connect. Da gibt es dann auch noch verschiedene Möglichkeiten wie DDNS, wo die Geschwindigkeit deutlich besser ist. Das schauen wir uns wahrscheinlich nochmal in einem separaten Video an. Aber die Grundlage und ohne dass ihr etwas technisch zusätzlich einrichten müsst, ist Quick Connect und wenn ihr eben von außerhalb auf eure NAS zugreifen wollt, dann ist das die einfachste Variante und das macht eben auch Sinn, das einzurichten. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht von außerhalb auf eure NAS zugreifen, könnt ihr das auch getrost überspringen. Und hier fragt ihr euch jetzt nach einer Quick Connect ID, also eine einzigartige Erkennung. Da könnt ihr einfach euren Namen reinschreiben oder euch was überlegen, was hoffentlich noch nicht vergeben ist. Meine persönliche heißt Beetz, wie mein Nachname und dann klicke ich jetzt auf Weiter. So, jetzt sagt er, Quick Connect ist bereit. Das heißt, über diese Adresse hier, quickconnect.to, da könntest du dich jetzt theoretisch auch auf meine NAS tunneln und erreichst dir wirklich meine NAS, die hier entweder hier hinten oder hier unter meinem Schreibtisch drunter steht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir zum einen die Updates installieren, aber auch, dass wir ein sicheres Passwort nehmen, weil eben jeder theoretisch auf eure NAS zugreifen kann aus dem Internet und nicht nur jemand, der sich in eurem Heimnetz befindet. Diesen Link zu eurer Quick Connect ID, also einfach quickconnect.to und dann eure Quick Connect ID, in meinem Fall Beetz, die könnt ihr euch jetzt irgendwo aufschreiben oder abspeichern, aber auf die habt ihr später auch noch Zugriff und die findet ihr ganz einfach in den Einstellungen. Jetzt fragt er mich noch, was für weitere nützliche Tools ich benutzen will. Da könnt ihr euch einfach mal durchlesen, was das alles ist. Ich persönlich finde Kontrolle und Schutz rund um die Uhr gut. Das heißt, dass ich durch Synology Active Insights erkenne, falls irgendwas mit meiner Synology NAS nicht stimmt. Diagnosedaten an den Support muss ich nicht unbedingt beschicken, aber die anderen beiden Sachen finde ich auch gut. Und zwar DSM konfigurationssicher ermöglicht eine rasche Einrichtung neuer Geräte. Ja, das macht auch Sinn und E-Mail Benachrichtigungen auf jeden Fall auch, damit ich sehe, falls irgendwas mit meiner Synology nicht stimmt. Beispielsweise, falls es einen Sicherheitsleck gibt oder falls etwas mit einer Festplatte nicht stimmt oder falls der Speicher voll ist oder so, dann werde ich per E-Mail informiert. Ich klicke auf Absenden und jetzt sind wir schon auf der Übersicht auf unserem Desktop von unserer Synology sozusagen. Aber bevor wir uns jetzt hier rumklicken können und verschiedene Programme ausprobieren können, kommen jetzt hier noch ein paar weitere Punkte, die wir ausprobieren, die ihr uns fragt. Einmal, ob wir Synology Drive, Synology Office und Synology Photos benutzen wollen. Das sind meiner Meinung nach sehr, sehr hilfreiche Programme und Apps, die beispielsweise Google Drive oder auch Google Photos ersetzen. Sowohl zu Synology Drive als auch zu Synology Photos werde ich nochmal eigene Videos machen. Das sind zwei sehr, sehr anfängerfreundliche und nützliche Tools, die ihr zum Beispiel auch auf eurem Handy benutzen könnt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, sobald ich ein Bild schieße, wird das automatisch an meine Synology geschickt über Synology Photos. Und wenn ich dann in die Synology Photos App reingehe, dann sehe ich all meine Bilder, die ich auf meiner NAS habe und das geht dann Quick Connect eben auch von außerhalb. Also Synology Photos und Synology Drive ist im täglichen Einsatz eben für mich persönlich genau das gleiche, wie wenn ich Produkte von Google oder Microsoft oder Apple benutze. Nur eben, dass ich zum einen nichts dafür regelmäßig bezahle, keine Abogebühren und zum anderen sind meine Daten eben bei mir zu Hause und nicht bei irgendeinem amerikanischen Tech-Konzern in der Cloud gespeichert. Deswegen sage ich jetzt mal installieren. Ja, installieren. Das wird dann im Hintergrund installiert. Könnt ihr einfach machen, ansonsten könnt ihr das auch später noch installieren. Dann erweiterte Garantie will ich erstmal nicht haben, deswegen sage ich verwerfen. Und dann fragt er mich, ob ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren will. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe schon ein ganzes Video zur Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht. Das könnt ihr euch mal hier anschauen. Was ist der zweite Faktor? Es ist neben dem Passwort ein zweiter Faktor, beispielsweise über eine App, mit dem ihr euch einloggt. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr eure NAS ins Internet öffnet und einfach ein zusätzlicher Sicherheitsschritt. Also selbst, falls jemand euer Passwort irgendwie mitbekommen sollte, durch einen Keylogger, durch ein Virus, wie auch immer, kann er sich dann nicht auf euer NAS einloggen, weil er eben noch einen zweiten Faktor braucht. Also das ist generell sehr wichtig, dass ihr für wichtige Accounts einen zweiten Faktor aktiviert. Das gibt es mittlerweile für die meisten Dienste, egal ob es eure Bank ist oder euer E-Mail-Konto. Und auf eurer NAS liegen wahrscheinlich sehr, sehr viele wichtige Dateien, sehr viele kritische, persönliche Informationen, vielleicht auch Business-Informationen, also von eurem Unternehmen. Deshalb wähle ich jetzt hier die Zwei-Faktor-Authentifizierung aus. Und ich persönlich finde, dass der Verification-Code OTP ist die einfachste Möglichkeit. Da verwendet ihr einfach eine Zwei-Faktor-App. Ihr könnt natürlich auch einen Hardware-Schlüssel verwenden oder ihr könnt eine eigene App von Synology verwenden. Aber eine Zwei-Faktor-App ist immer schön, weil ihr dann alle eure Zwei-Faktor-Codes an einer Stelle habt. Das richte ich jetzt hier ein. Da muss ich erstmal mein normales Kennwort eingeben. Dann sagt er, dass ich hier Secure Sign-In von Synology herunterladen kann. Das ist eine eigene Zwei-Faktor-App von Synology. Die muss ich aber nicht benutzen, denn OTP ist ein standardisiertes Protokoll. Und das funktioniert mit eigentlich allen Zwei-Faktor-Apps, die ihr habt. Also sei es Google Authenticator oder andere Apps, die ich euch schon mal in einem Video vorgestellt habe. Ihr klickt auf Weiter und dann müsst ihr einfach nur den QR-Code einscannen, der dann als nächstes im nächsten Schritt angezeigt wird. Falls ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht einrechnen würdet, richtet Synology automatisch eine adaptive Zwei-Faktor- oder Multi-Faktor-Authentifizierung für euch ein. Was bedeutet das, wenn ein Anmeldeversuch besonders komisch aussieht, wahrscheinlich wenn er zum Beispiel von einer ganz neuen IP-Adresse kommt oder von außerhalb, dann fragt euch Synology nach einem zusätzlichen Code, den ihr dann per E-Mail geschickt bekommt. Das ist also gut, dass hier zumindest ein zusätzlicher Schritt von Synology implementiert wird, selbst wenn ihr keinen zweiten Faktor aktivieren würdet. Aber wie gesagt, ich würde den meisten, also eigentlich allen, die ihre Nasen nach außen öffnen, würde ich dazu raten, einen zweiten Faktor einzurichten. Ich klicke jetzt auf Alles klar und dann sagt er, dass ich hier einen Speicherpool und einen Volume erstellen kann. Was ist ein Speicherpool und was ist ein Volume? Der Unterschied ist, dass ein Speicherpool besteht aus mehreren Festplatten, die sozusagen zu einem Pool zusammengefügt werden und ein Volume ist dann eine Ebene unten drunter. Also ein Volume kann man sich vorstellen wie eine Festplatte, kann man ja auch in verschiedene Volumes unterteilen theoretisch. Und diese Volumes werden dann beispielsweise in eurem Windows Explorer als eigene Netzwerklaufwerke angezeigt, sozusagen. Das heißt, wenn ihr unbedingt eure Nas in zwei ganz unterschiedliche Volumes unterscheiden wollt, dann könnt ihr das machen. In der Regel macht es aber für die meisten Sinn, dass man einen Speicherpool hat und für die allermeisten macht es auch Sinn, dass man nur ein Volume hat. Denn man kann in diesem Volume ja dann auch verschiedene Ordner erstellen und diesen Ordnern dann auch unterschiedliche Zugriffsrechte zuweisen. Ich sage also hier die maximale Kapazität zuordnen. Vielleicht fragt ihr euch, warum hier die angezeigte Kapazität wahrscheinlich niedriger ist als das, was ihr wahrscheinlich gekauft habt. Also ich habe zweimal 12 Terabyte in meiner Nas drin. Die habe ich zum Rate 1 zusammengeschaltet. Das heißt, beide Festplatten spiegeln sich gegenseitig, damit sie ausfallsicher sind, damit wenn eine Festplatte kaputt ist, ich trotzdem noch meine Daten habe. Aber trotzdem wird hier nur 11,11 Terabyte nur 165 Gigabyte angezeigt. Das liegt nicht daran, dass das Betriebssystem 835 Gigabyte braucht, sondern das liegt daran, dass Gigabyte sozusagen unterschiedlich berechnet werden. Also wenn Festplatten verkauft werden, dann wird eigentlich überall damit gerechnet, dass ein Terabyte aus 1000 Gigabyte besteht. Das haben irgendwann mal die Verkäufer von Festplatten so eingeführt, einfach damit die Festplattengröße größer aussieht. Aber eigentlich ist es in der Informatik so, dass 1024 Gigabyte 1 Terabyte entsprechen. Und in unserem Betriebssystem, Betriebssysteme rechnen damit, dass ein Terabyte aus 1024 Gigabyte besteht. Und Festplattenverkäufer rechnen damit, dass ein Terabyte aus 1000 Gigabyte besteht. Und deswegen ist hier die angezeigte Anzahl an Gigabyte etwas kleiner. Das ist aber genau das Gleiche, wenn ihr in Windows beispielsweise mal eure Festplatte öffnet. Da seht ihr auch, dass die Festplatte nicht so groß ist, wie sie eigentlich sozusagen beworben wird. Das ist einfach so. Aber als kleine Hintergrundinfo. Wenn ihr eure NAS das allererste Mal einrichtet, dann müsst ihr wahrscheinlich auch noch einen Speicherpool einrichten. Der war jetzt bei mir schon eingerichtet und hier steht Speicherpool SHR1. Also SHR einfach nur, das heißt, ich benutze RAID. Aber was bedeutet RAID überhaupt? Dafür gibt es eine ganz schöne Seite, einen ganz schönen Rechner direkt bei Synology, wo ihr auswählen könnt, wie viele Festplatten ihr habt und dann verschiedene RAIDs sozusagen miteinander vergleichen können. Also in meinem Fall habe ich 2 mal 12 Terabyte. Die habe ich jetzt hier oben ausgewählt, die Festplatten. Und jetzt kann ich hier unten auswählen, welchen RAID ich benutze. Für die allermeisten macht es Sinn, dass man einfach nur SHR benutzt. Das ist ein RAID, der von Synology kommt. Und damit habt ihr eine Festplatte Ausfallsicherheit. Das heißt, bei mir sind jetzt beide Festplatten gespiegelt und ich habe unterm Strich 10,9 Terabyte, die ich benutzen kann. Und die anderen 10,9 Terabyte, die hier rechts, die blauen, die sind für den Datenschutz reserviert. Und ungefähr 18, 19 Gigabyte sind für das System reserviert. Wenn ihr hier bei RAID-Typ auf das Fragezeichen klickt, dann sind hier die verschiedenen RAID-Typen, werden hier miteinander verglichen. SHR steht wie gesagt dafür, dass eine Platte Redundanz ist. Und außerdem ist der Vorteil zu den klassischen RAID-Typen wie RAID 1, dass Festplatten mit unterschiedlicher Größe auch miteinander kombiniert werden können. Was interessant ist bei RAID, dass wenn ihr zusätzliche Festplatten hinzufügt, ihr nicht, also bei drei oder vier Festplatten, müsst ihr nicht mehr die Hälfte an Speicherplatz hergeben, damit ihr eine Redundanz habt. Also wenn ich jetzt hier sage, ich habe nicht nur zwei Festplatten, sondern angenommen, ich hätte eine größere NAS mit vier Festplatten oder vielleicht sogar mit fünf Festplatten, mit fünf mal zwölf Terabyte, dann seht ihr, dass ich weiterhin nur eine einzige Festplatte an Redundanz habe und vier Festplatten hier für meinen ganz normalen Speichergebrauch verwenden kann. Fragt mich nicht genau, woran das liegt. Ich habe das früher auch mal in Informatik, wie RAID-Systeme funktionieren. Da gibt es dann so ein Parity-Bit und so weiter. Aber es fühlt sich wie Magie an, aber tatsächlich kann ich hier vier Festplatten benutzen und eine Festplatte ist lediglich für die Redundanz reserviert. Das heißt, egal welche dieser Festplatten ausfällt, wenn eine Festplatte ausfällt, habe ich immer noch weiterhin all meine Daten. Jetzt fragen sich viele, vielleicht brauche ich das überhaupt, gerade wenn man nur zwei Festplatten hat, wie ich zum Beispiel, ist es ja deutlich attraktiver, wenn man 24 Terabyte anstatt nur 12 Terabyte hat. Und ich würde sagen, vor allem, wenn ihr kritische Daten habt, eure persönlichen Fotos oder wichtige Dokumente, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr ein RAID benutzt, denn es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass eure Festplatte mal den Geist aufgibt. Backblaze, ein sehr großes Online-Unternehmen, die Cloud-Speicher oder Cloud-Backup anbieten, die haben dazu mal eine Studie gemacht. Die haben ganz viele Tausende von Festplatten und die kamen unter anderem darauf, dass nur 80 Prozent der Festplatten nach sechs Jahren noch funktioniert haben. Das heißt, wenn ihr eure NAS sechs Jahre lang habt, was bei euch ja wahrscheinlich hoffentlich der Fall ist, ich will meine iNAS ja möglichst lang benutzen, dann ist eine von fünf Festplatten, funktioniert dann wahrscheinlich nicht mehr. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie benutzt man die Festplatte, was für eine Festplatte kauft man, wie oft ist meine NAS 24-7 an oder mache ich sie vielleicht nur ein paar Stunden am Tag an und natürlich auch, welches Modell benutzt man letztendlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eure Festplatte ausfällt, ist für viele NAS-Benutzer, liegt die wahrscheinlich bei über 50 Prozent und das will ich auf keinen Fall riskieren, dass dann sehr, sehr wichtige Daten von mir irgendwann mal weg sind. Okay, aber zurück zu unserem Setup. Ich habe jetzt also einen Speicherpool und einen und ein Volume erstellt. Klicke hier auf Weiter. Jetzt fragt ihr hier mal nach dem Dateisystem und wenn ihr eine der besseren NAS habt, also eigentlich, wenn ihr nicht die Einstiegs-NAS kauft, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr BTRFS als Dateisystem benutzt. Hier will ich jetzt nicht zu sehr auf die technischen Details eingehen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, es macht eigentlich für alle Sinn, die die Möglichkeit haben, dass man BTRFS benutzt. Hier hat man unter anderem die Möglichkeit, dass ihr Schnappschüsse oder Replikationen freigegebender Ordner und so weiter benutzen könnt, was dann zum Beispiel bedeutet, dass ihr auf vorherige Versionen von Dateien ganz einfach über das Dateisystem zugreifen könnt und es hat noch einige andere Vorteile, die ihr bei einem Dateisystem wie ext4 nicht habt. Also hier einfach weiterklicken und dann fragt ihr euch, ob euer Speicherpool, ob euer Volume, meine ich, verschlüsselt werden soll. Das ist eine neue Funktion, die gibt es erst seit DSM 7.2 und das macht für die meisten Personen auf jeden Fall Sinn. Denn falls eure NAS geklaut werden sollte, kann man einfach die Festplatte rausziehen und könnte die Festplatte an einen Computer anschließen und hätte einfach so Zugriff auf all eure Daten. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass eure Festplatte mal geklaut wird, will ich es doch vermeiden und für mich ist es sozusagen ein zweiter Faktor, dass niemand auf meine Daten zugreifen kann, selbst wenn er in mein Haus eindringt. Und deswegen erstelle ich die Verschlüsselung für das komplette Volume. Das hat eigentlich keinen wirklichen Nachteil. Also ich habe keinen Unterschied bei der Performance feststellen können und dadurch, dass es auf der Volume-Ebene ist, ist es eben deutlich performanter als die vorherige Verschlüsselung, die nur auf Ordner-Ebene sozusagen funktioniert hat. Da konnte man nur freigegebene Ordner verschlüsseln, was zum einen etwas aufwendiger war und was eben auch an der Performance ein bisschen geknabbert hat. Zwei Nachteile gibt es bei der Verschlüsselung allerdings doch, denn zum einen ist die Verschlüsselung nicht perfekt, zumindest was ich so gelesen habe, denn die Verschlüsselung ist so implementiert, dass sie möglichst einfach für euch ist, also dass ihr nicht jedes Mal ein Entschlüsselungspasswort eingeben müsst, wenn ihr die NAS hochfährt und dadurch ist es nicht ganz so sicher, wie es vielleicht sein könnte. Da gibt es auch einen interessanten Artikel dazu, wo es unter anderem darum geht, dass auf Reddit jemand in acht Stunden es geschafft hat, die Verschlüsselung zu umgehen, weil er irgendwie die Schlüssel da gefunden hat. Aber letztendlich ist das für einen normalen Dieb sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand das einfach findet und es ist eben eine zusätzliche Sicherheitshürde. Der zweite Nachteil ist, dass ihr natürlich das Passwort und den Schlüssel sehr gut aufheben müsst, denn ansonsten kommt ihr im Zweifel nicht mehr an eure Dateien heran. Ich wähle jetzt hier Volume verschlüsseln aus, klicke auf Weiter und gebe jetzt hier das Kennwort für den Tresor ein. Das solltet ihr, wie gesagt, sehr, sehr gut euch idealerweise nicht merken, sondern in eurem Passwortmanager speichern. Und dann gibt euch Synology noch einen Wiederherstellungsschlüssel, den ihr auch auf jeden Fall sehr gut aufheben sollt, denn auch ohne den könnt ihr ebenfalls, könnt es ebenfalls dazu kommen, dass im Worst Case, wenn beispielsweise eure NAS kaputt geht, ihr nicht mehr auf eure Daten zugreifen könnt. Das heißt, hier ladet ihr einmal eine Datei herunter und dann werdet ihr extra nochmal gewarnt, dass ihr den Schlüssel auf jeden Fall gut abspeichern solltet, weil ihr ansonsten nicht mehr auf eure Daten zugreifen könntet im Worst Case. Jetzt sind wir mit den wichtigsten Schritten fertig und ich will euch noch eine grobe Übersicht geben über Synology DSM, also das allgemeine Betriebssystem von Synology. Das haben wir jetzt ja hier im Browser, aber letztendlich ist das nichts anderes als ein Betriebssystem wie Windows oder auch Linux. Ich glaube, dass DSM auch auf Linux basiert. Das heißt, hier haben wir Fenster, wie wir es auch von Windows zum Beispiel kennen. Die können wir hier minimieren, die können wir rumschieben, die können wir groß und klein machen und wenn wir hier eine App, ein Programm öffnen, dann haben wir hier oben die Taskleiste, die wir normalerweise bei Windows hier unten haben. Wenn wir hier auf den linken Button klicken, dann sehen wir hier all unsere Programme, die wir installiert haben und genau in der Taskleiste sehen wir die Programme, die gerade geöffnet sind, wie zum Beispiel hier die Systemsteuerung. Die könnten wir jetzt hier minimieren oder eben schließen und auf der rechten Seite haben wir dann noch Benachrichtigungen, wie zum Beispiel hier das Synology Drive gerade installiert wurde. Dann habe ich hier mein Konto, mit dem ich gerade eingeloggt bin. Das ist eben Admin Alex und eins weiter rechts habe ich noch die Widgets. Standardmäßig ist hier unten der Systemzustand zu sehen als Widget, wo steht, dass alles gut ist mit meiner NAS und unten drunter habe ich den Ressourcenmonitor, wo ich sehe, zu wie viel Prozent meine NAS ausgelastet ist, sowohl der CPU als auch der Arbeitsspeicher. Was ganz interessant ist, wenn beispielsweise eure NAS gerade am Arbeiten ist oder wenn ihr wissen wollt, warum eure NAS eigentlich gerade langsam ist, dann könnt ihr hier sehen, oh, okay, mein Arbeitsspeicher ist ausgelastet und wenn ihr hier drauf klickt, nein, das geht nicht, aber wenn ihr dann hier in die Apps geht und auf den Ressourcenmonitor, dann könnt ihr hier beispielsweise noch detailliertere Informationen über Arbeitsspeicher, Netzwerk, Auslastung und so weiter sehen. Machen wir mal weiter mit ein paar anderen Programmen, die ihr hier habt. Was ebenfalls interessant ist, ist das Paketzentrum. Das ist sozusagen der Synology App Store, wo ihr alle möglichen Programme installieren könnt. Also beispielsweise verschiedene Backup-Programme von Synology, aber auch externe Programme, wie zum Beispiel McAfee, ein Antiviren-System oder Audio Station, das ist eine Multimedia, damit ihr sozusagen eure NAS in euer eigenes Spotify umwandeln könnt und so weiter. Hier gibt es sehr, sehr viele Erweiterungen. Ihr könnt wirklich unglaublich viel mit eurer NAS machen. Ihr könnt sogar Docker und Python und so weiter installieren, oder WordPress sogar, damit ihr hier eure Webseite oder euren E-Mail-Server und so weiter darauf laufen lassen könnt. Das ist wirklich sehr schön, was man alles theoretisch mit einer NAS machen kann. Was aber noch wichtiger ist, ist die Systemsteuerung, denn hier machen wir alle Einstellungen für unsere NAS. Die schauen wir uns gleich noch mal genauer an. Und ich minimiere mal die App hier. Und dann haben wir hier noch die File Station. Die File Station ist eine Möglichkeit, auf eure Dateien zuzugreifen. Eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr über euren Windows Explorer oder über euren Finder bei Mac auf eure NAS zugreift. Also wenn ich jetzt hier auf Netzwerk gehe, dann sehe ich jetzt hier meine DS224 Plus. Und wenn ich jetzt mich hier mit meinem Account einlogge, dann kann ich hier auf all meine Dateien zugreifen. Was wirklich sehr, sehr sexy ist, weil ich muss nur irgendwo in meinem Netzwerk sein, über WLAN oder über LAN und kann von überall in meinem Netzwerk auf meine Dateien zugreifen, als ob ich eine externe Festplatte an meinen Computer angeschlossen hätte. Aber wie man auch auf seine Dateien zugreifen kann, ist über Synology Drive. Das ist sozusagen das Google Drive Pendant von Synology. Das schauen wir uns mal in einem anderen Video genauer an oder eben über diese Oberfläche hier. Aber das ist die Oberfläche, über die ich eigentlich am wenigsten auf meine Dateien zugreife. Was sich viele bei Synology fragen, ist, was eigentlich der Unterschied zwischen Home und Homes ist. Das eine ist einfach nur ein S mehr und der Unterschied ist ganz einfach. Und zwar hat jeder Benutzer einen eigenen Home-Ordner und wenn ihr Administrator seid, habt ihr theoretisch Zugriff auf alle Home-Ordner von allen Benutzern. Also wenn ihr jetzt einen neuen Account zum Beispiel für eure Freundin erstellt, dann ist die vielleicht kein Administrator und die sieht dann einfach nur ihren eigenen Home-Ordner hier und vielleicht noch andere Ordner, wenn ihr hier welche erstellt, für Familienfotos zum Beispiel. Aber Home ist einfach das eigene, die eigenen Dateien, wo man einfach seine eigenen Dateien speichert. Und ihr als Administrator habt über Homes eben Zugriff auf all eure Dateien. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Admin Alex gehe, auf Homes Admin Alex, dann ist das genau das Gleiche, wenn ich hier auf Home gehe, weil ich ja mit meinem Admin Alex Account gerade eingeloggt bin. Was wären jetzt die nächsten Schritte, die ihr mit eurer NAS machen könntet? Wahrscheinlich wollt ihr eure NAS nicht nur selbst benutzen, sondern euer neues technisches Gadget, die neuen Möglichkeiten auch mit anderen Personen teilen und dafür könnt ihr neue Benutzer anlegen. Dafür gehen wir jetzt hier in die Systemsteuerung, sagen Benutzer und Benutzergruppen. Hier kann man jetzt ganz einfach neue Benutzer erstellen und außerdem im nächsten Schritt dann auch sagen, welche Rechte die Benutzer haben beziehungsweise zu welcher Gruppe sie gehören. Also könnt ihr zum Beispiel eine Gruppe erstellen für Familienmitglieder und dann eine Gruppe für Externe oder für Mitarbeiter und so weiter und diesen Gruppen dann unterschiedlichen Rechte zuordnen. Was für Rechte könnten das sein? Nun, was sehr wichtige Rechte sind, ist zum Beispiel, auf welche Dateien diese Benutzer Zugriff haben und diese Dateien beziehungsweise Ordner dafür, die erstellen wir in der Systemsteuerung auf freigegebene Ordner. Also hier haben wir jetzt unseren Homes-Ordner, wo irgendwie Home-Verzeichnete drin sind, die wir gerade eben angeschaut haben und hier können wir jetzt noch weitere freigegebene Ordner erstellen, wie zum Beispiel Familienfotos oder Raw-Fotos für die Fotografie oder einen Ordner für wichtige Dokumente und so weiter. Und diese Ordner kann man dann auch zum Beispiel über hier bearbeiten mit verschiedenen Benutzern teilen. Hier auf Berechtigung kann ich jetzt sagen, wer hier Zugriff hat, Lesezugriff, Schreibzugriff und so weiter. Was die Programme sind, die ich bei Synology am meisten benutze, das sind Synology Fotos und Synology Drive, die wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu Google Drive und Google Fotos sind. Und zu den beiden Apps werde ich nochmal ein komplett dediziertes Video machen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, um das nicht zu verpassen oder vielleicht seht ihr es mittlerweile auch hier irgendwo eingeblendet, die Videos. Und jetzt interessiert mich auch, was euch eigentlich bei Synology, bei einer Synology NAS interessiert, was ihr euch für Fragen stellt, welche Funktionen ihr bei einer NAS gerne benutzt. Hinterlasst mir da gerne mal einen Kommentar unter dem Video. Abonniert den Kanal und ich freue mich, euch dann im nächsten Video zu sehen. Macht's gut. Und jetzt